ach guck mal deine freunde fische ich finde es ja immer so toll die fischis sowas freunde würde ich sagen da gibt es bestimmt einen anderen weg dahin zu kommen oder okay genau hälfte fischerin ach ja ja am besten bekommen schnellst bekommt er dieses ding zu ende wir sind immer irgendwo zu spart ich mein kind welche fischer damit hier zum beispiel ich bin jetzt erst mal ein fischer wieder genau ich krieg gerade irgendwo von schaden ich habe gift abbekommen dabei irgendwas giftiges da unten ja ja den habe ich nicht gesehen ich bin noch eine oberfläche sitzen du jetzt hier er hätte ich vielleicht zuerst angreifen sollen ich hab mal brauchen gesehen er hat mich halt erst angegriffen wo ich hier am wiederbeleben war da hinten ist noch ein fischer wie gesagt ansonsten immer auf diese fischerlampen ja die vorne ist schon wieder so ein seeigel wie gesagt und was manchmal hilft manchmal entdeckt immer mal es hier geht halt wird es angezeigt zehn mal erfolgreich gesammelt okay war ja da war ich gerade da musste ich erst den igel hier der gegen mir so ein bisschen auf den zeiger wer sieht denn hier so ist die da unten super super bist du denn für ein meereskorpion hübsche tierchen was bist du das ist das eine kugel endlich mal eine kugel gefunden äh ja wer sucht da wird finden das ist eine geräuschkulisse hier unten wir können jetzt quasi jetzt auch das nächste event machen hier vor euch wenn ihr den eventkreis seht auf der minimap mit dieses schild in der mitte ich sehe gerade nicht so viel aber der stirbt schon grad na hau ab du seige alter rotzebracke blödes wir schwimmen zur oberfläche ja hier ist gar nicht schwierig irgendwo ist ja noch ein seige und jetzt garten gegner das dauert aber ganz schön lange bist du mich hier ja um gottes wenn und wenn ihr auf eure minimap schaut öffnen sich zwischen der zweite eventkreis offen also sowas können wir auch immer mitmachen naja wollten wir ihm die kugel mitnehmen hm wupp äh ich will davon irgendwas schaden so papa so bluten ah da ist der dreckige Igel ah die kleine nervensäger komm her ja bleibst du stehen hab ich ah ok wollte gerade sagen ich habe den noch wenigstens drei vier mal getroffen wieso so so vielleicht schon wieder down ich bin mäßig ach das gibt es noch nicht ich krieg schon wieder aua von allen seiten älterfalter wir haben die sonne geärzt wir haben noch zwei ein zwei feineren die das auch geschafft haben was noch ein zwei feineren die das auch geschafft haben hm au hallo ok Ich häng hier rum Ähm Wo war denn jetzt hier Da Gegner, Kugeln Da ist ne Kugel Neues Event in der Gegend Ne, die Kugel ist fertig Hier ist auch noch ein Event So wahr Ja Wo bist du Wo seid ihr denn Ups Ups Ich bin grad auf dem Desktop gelandet Das sieht man gleich erst im Stream Jetzt einmal das Bild weg Heute Langus Da sind Käfige Ich glaube Ich glaube Für das Event Müsste wir die Freit Geil Ja Aber da hat noch nix geglänzt Im Ei Du wichst hier wieder So ein Sechstern rum Da Aber wenn wir das eine machen Sind wir aus dem Kreis der anderen raus Sollten vielleicht erst eine beenden Und dann die nächste anfangen Dieser blöde Thunfisch Blöde Thunfisch Ja Siehste Hast davon Der blöde Thunfisch So Ich suche gerade Bis manche Höher schwimmen Oh meine Ohren Ey Dieses Tauchgeräusch Ist ja Ah Thunfisch Kugel Und Thunfisch Fertig Herz Fertig Super So jetzt können wir Das Event ist glaube ich vorbei Ne Ja Ja macht ja nix Wo waren wir jetzt Wo ist denn der Herzhändler Da hinten Gehen wir mal gucken Was die so schön Das ist also Guild Wars Ja das ist Guild Wars Ähm Ja So für einen WoWler Ist das schon sehr Sehr Gewöhnungsbedürftig Nico Ähm Da lang Pfff Hauen wir mal so einen Cracker rein Hi Hat Gaming Oh da oben ist ein Blutgötze Barracuda Jetzt bin ich schon zweimal dran vorbeigeschwommen Ich flaume ey Warum sagt denn keiner Stopp Halt bleib hier Stopp Halt bleib hier Lauter Zeig mal was hast du ein schönes hier Pilzsuppe Rezept Dunkelrang Stoffhandschuhe Leder Stülpen Mh Oh der Das ist nett Schild brauchen wir nicht Aber Netz Macht jedenfalls vom Design her Einen besseren Eindruck als WoW Ja Das schon Aber Nach zehn Jahren Ist man dann doch eher Mit dem anderen Spiel verbunden Speziell nur gilt was Aber nächste Woche können wir uns alle zum Deppen machen Eine Wallstar Oh siegt ja nicht schön Einmal für die Zuschauer ein bisschen Musik während ich mal ganz kurz hier was machen muss Zobo ist schon wieder am ADW Ne Zobo hat wieder Platz im Inventar Du hättest ja auch bei ihr hier verkaufen können glaube ich Bist denn du hinten wo ist denn der jetzt schon wieder Ich hab sie nicht gefunden Ach Gott der ist schon am Strand Ja wo sollen wir die beim Hinten Das weiß ich ja Der sonnt sich schon Der sonnt sich schon am Strand Oh Nein AD Wie kannst du sowas laut sagen AD Gaming hat ein Key für Black Desert Tja ein Glückwunsch von mir ne Ja Glückwunsch Kannst du uns sowas laut sagen Wir haben alle auf einen Key gehofft Wo wollen wir jetzt hin Gute Frage nächste Du hast hier die Karte offen Ich glaub Denk mal hier hinten das wird euer nächstes sein Hier ist ein Vista Hier ist ein Herz Ja Sehenswürdigkeit und Heldenpult Ja würde ich sagen Ja dann machen wir uns mal da auf die Socken hin Ja zum unentdeckten Sehenswürdigkeit würde ich sagen zuerst Schwimmenderweise Am besten ganz oben an der Oberfläche schwimmen Da habt ihr meistens die meiste Ruhe Ja ja ich Ich tauche nochmal auf Ja diese Segeligel sind ja wohl voll nervig Kleinen Drecksbatzen hier So Andere Richtung Da lang Swimmen Swimmen Oh Gott Bin ich kindisch Nein Löwengardistin Hester die Sklaven aus den Sklavenhändlertiefen zu befreien Das können wir gleich wieder tauchen Ja Ich befürchte ja Ja Aber hier ist ja erstmal Aua Oh Was wollt ihr denn von mir Oh die sind aber ganz schön groß War Oh oh So war es auch schon wieder Freunde Tja Und gleich Hier ist glaube ich irgendwo auch ein Aussichtsding oder irgendwas gewesen Was ist hier drüben in dieser kleinen Burg drin In der kleinen Burg drin Okay Oh 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 Edgail mir sollte mal erzählen was ich gewonnen habe Was ich nicht nehmen Äh Wahrnehmen konnte Ich gewinne ja sonst auch Nix Ne Und da habe ich was gewonnen Was ich äh Wo ich leider auch nicht hin kann Ich habe zwei VIP Karten Für die ESL in Guild Wars 2 gewonnen gehabt Nächstes Wochenende in England